Tobias Vanandi, harte Stücke Arbeit, 5 zu 3 gewonnen. Was hat das heute so schwer gemacht hier beim SV Trier-Irsch, die zuletzt nicht so schrecklich gut drauf waren? Ich denke, Irsch hatte einiges gut zu machen vom letzten Wochenende. Wir haben hier ein Heimspiel gehabt, die Zuschauer waren richtig mitgegangen, da war der zwölfte Mann für die auf dem Platz. Wir haben am Anfang gut ins Spiel gefunden, aber nachher so ein bisschen den Faden verloren. Die Lücken waren zu groß zwischen Abwehr und Angriff, aber im Endeffekt zählt nur, dass wir hier gewonnen haben. Ich denke, andere Mannschaften tun sich auch noch sehr schwer auf dem Kunstrasenplatz hier in Irsch. Wir haben eine riesen Siegesserie bis jetzt und wird auch schon mal so ab und zu auch in Freudenburg von der Meisterschaft gesprochen, das sind auch weit weg. Also die Zuschauer hörten mal hier und da mal Aufstieg, aber das ist noch weit weg für uns. Die Saison ist noch sehr lang, Vassalic ist vorne noch dabei, Olevic ist noch, die kommen alle noch zu uns, beziehungsweise sie müssen da hinfahren. Es ist noch ein langer Weg, aber acht Siege aus acht Spielen, ich denke, wir sind auf jeden Fall gut gestartet.